Musik Karl IV. König von Böhmen und Kaiser des heiligen römischen Reiches. Der Reich herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das er von Prag aus regierte, dehnte sich aus und erlebte Frieden und Wohlstand. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen verwiesen ihm die letzte Ehre. Der rechtmäßige Thronerbe des florierenden Reiches war Karls Sohn, Wenzel IV., dessen Vater ihn sein Leben lang darauf vorbereitet hat. Aber Wenzel war nicht nach seinem Vater bereit. Er vernachlässigte seine Pflichten für Revolumbeschäftigung. Er verabsäumte es sogar, bei seiner eigenen Krönung zu erscheinen, womit er sich beim Papst nicht beliebt machte. Wenzel, der Faule, konnte auch dem Reichsadel nicht imponieren. Die Probleme mehrten sich, bis sich die Adeligen entnervt von der Untätigkeit ihres Herrschers an seinen Halberruder wandten. König Sigismund von Ungarn. Sigismund entschied sich für eine radikale Lösung. Er entführte den König, um ihn zum Abdanken zu zwingen, und nutzte die darauffolgenden Unruhen zu seinem Vorteil, um noch mehr Barat zu erlangen. Er marschierte mit einer riesigen Streitmacht in Böhmen ein und fiel über die Ländereien der Verbündeten des Königs her. Und hier beginnt meine Geschichte. 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 Gott segne dich auch. Gott segne dich auch. Wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Mhm. Heinrich! Jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter! Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiße ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze! Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auch. Dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich! Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab nicht bloß gekratzt, Ehrenwort. Na gut. Aber komm, nur nicht heulend bei mir angekochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Unerwarteter Besuch. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Was im Gottesnamen hast du letzte Nacht getrieben? Kingdom Comes Deliverance. Und ich dachte mir mal, oh, dieses Spiel, das muss ich unbedingt haben. Und ja. So, was ist hier los, hä? Mithilfe, mithilfe, äh, was hat hier, Dialog, Nächste, äh, Wannschaften deines Charakters fest? Keine Sorge, fallst du, äh, ah, okay. Alles klar, wir unterhielten uns nur in der Schenke, schon klar. Ja, ich war bei Bianca, oh, ich arbeite in der Schmiede, mh, Redekunst ist natürlich auch nicht schlecht. Agilität, Vitalität, ja, ich glaube, ich war bei Bianca, ja komm, das nehmen wir. Ja, Bianca, wir haben geredet. Geredet habt ihr? Du nennst du das also, wie? Mutter genug. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Wackt jemand mit dem Schwert? Nein, 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 nein. Ah, okay, jetzt lege ich wohl die zweite, zweite Stärke von uns fest. Also, Vitalität haben wir ja schon. Da bringt es nicht, die nochmal zu benutzen. Äh, wie soll das? Das zeigt mir das Bogenschießen. Hm, Agilität, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Stärke, hm, ich glaube, ich weiß nicht, im Mittelalter, oh, da würde ich sogar eigentlich auf Stärke setzen. Ein richtiger Alter, ich hoffe ja, ich hoffe ja, unser Weg wird sein, so ein richtiger, kräftiger Ritter, der, ja, den jeder fürchtet, äh, sich einen Namen macht. Und ich glaube, da wäre Stärke bei uns sehr, sehr gut. Wegen den Kämpfen und alles. Ja. Dann lerne ich es eben, na und? Es kann kaum schaden, oder? Wenigstens weiß ich mich da zu verteidigen. Jesus Maria Heinrich, du weißt, was dein Vater tun wird, wenn er es erfährt. Ach ja? Was will er denn tun? Ich tue nichts Unrechtes. Ich wollte es bloß versuchen. Setz deinen Dickkopf nur durch. Ich kann dich nicht davon abhalten. Also schlag dich selbst mit deinem Vater herum. Ich helfe dir nicht. Was? Geh jetzt zu deinem Vater. Ja, gleich. Ähm, man, meine Freunde, ja, wollen wir das wissen? Vater ist wütend auf mich. Oh, er hat sich davon angehört. Du sprichst bei ihm, na, brauchst du Hilfe? Ich hab Hunger. Ich hab etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Erstmal schön gerauft und dann will ich was fressen. Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht seine Hilfe, Heinrich. Ich weiß, keine Sorge, Mutter, natürlich helfe ich. Gut. Er meint, dass seine Knieschmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Warten Sturm soll aufziehen. Ja, Mama, brauchst du denn Hilfe? Kann ich dir irgendwie helfen, Mutter? Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Ja, das haben wir ja gerade geklärt. Haben Matthias und Fritz nach mir gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Okay, dann gehe ich jetzt mal wieder einsaufen, ne? Äh. Sie sind keine Saufbolde. Nein, 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 nein. Ähm. Das ist ungerecht. Ach, wirklich? Und wo bist du gestern Nacht gewesen? Ich war... bei Bianca natürlich. Du meinst in Biancas Wirtshaus, richtig? Und wer war mit dir dort? Nein, lass mich raten. Matthias und Fritz. Naja, wenigstens warst du bei Bianca. Du solltest an ihr festhalten. Sie ist ein schlaues Mädchen. Und lade sie einmal zum Essen ein. Sein Vater ist von ihr angetan. Natürlich ist er das. Er glaubt, dass sie ihr das Geheimnis des Bierbrauens entlocken kann. Da hast du wohl recht. Man sollte meinen, er will auf seine alten Tage noch Brauer werden. Aber so ist er, sein Vater. Wenigstens interessiert er sich für etwas. Im Gegensatz zu euch. Ihr habt nur Unfug im Kopf. Wenn Fritz und Matthäus so weitermachen, baumeln sie eines Tages am Galgen. Das kann ich dir sagen. Ja, wenn der mal nur ans Bierbrauen denkt. Alles klar. Das ist meine Bianca. Aber schon mal gut zu wissen, dass sie am Wirtshaus arbeitet oder es sogar besitzt. Mal gucken. Okay, also die Grafik bisher finde ich eigentlich sehr nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so seit langem mal wieder so ein Mittelalter-Spiel, wo ich sage, geil. Weil, das ist richtig. Ja, die Steuerung ist auch nicht schlecht. Der Charakter und die Fächtigkeit der Spieler. Und speziell. Die Fächtigung festgelegt. Ah, okay. Alles klar. Oh, da war was. Ach, ich kann mich setzen. Oh, da war was. Käse. Oh, aufheben. Zack. So, wie esse ich den jetzt? Ach was. Ah, ich kann die auch mal im Topf geben. Lol. Wie gehe ich denn weiter? Gar nicht. Geht nicht weiter. Sortieren. Ach so, das ist nur sortieren. Aber wir essen mal was. Wir haben ja vorhin geschrieben, wir haben Hunger. Los, noch mehr aus dem Topf essen. Komm, geht nicht mehr. Was ist das hier? Nagel für Theresa. Verbannt. Ach, jetzt kann ich hier. Ah, was. Okay. Alles klar. Ich werde mich hier erstmal so ein bisschen umgucken. Also die erste Folge. Ich glaube. Öffnen. Was öffnen? Ah, Karotten sind da drin. Das war doch offen. Jetzt ist es zu. Neu. Brot. Neh mal alles mit. Ich habe Hunger. Scheiß auf die Eltern. Was ist das hier? Leicht knacken. Alles klar. In meiner eigenen Butze ist ja alles verschlossen. Wat für eine Sauerei. Ja, was heißt alles aber. Scheiß auf Äpfel, Karotten, Käse. Da ist noch ein Topf. Lol. Ah, aus. Ah, okay. Ich verstehe. Anscheinend kann man aus einem Topf nur einmal essen. Drehen wir uns einmal im Kreis. Ah, jetzt kann man nur einen Topf geben. Okay. Ich bin echt gespannt, wie sie das Spiel hier umgesetzt haben. Ich habe zwar schon einige Sachen gesehen, aber um mich nicht komplett zu spoilern, habe ich das dann natürlich gelassen, als ich gehört habe, dass es das auch für PS4 gibt. Was ist das hier? Sich waschen. Alter. Alles klar. Ich will nicht wissen, wer da schon alles drin war. Gibt es hier keine Dusche? Klar gab es, äh, was war da, äh, 1403 gab es schon duschen, äh, läuft. Du hast entdeckt Schleifstein. Jo, da. Wahnsinn. Komm, dann reden wir mal mit Vatern. Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? Oh, okay. Überzeugen. Manchmal ist es, äh, das zu bald einem, äh, du willst. Du kannst einfach reden. Mittlerweile ist es auch. Qualität. Also ich lese, ich lese, ich wollte eigentlich nicht alles vorlesen, weil ich bin nicht so gerne der, der euch gerne was vorliest. Deswegen, ich lese das so für mich hier in Ruhigen und ihr könnt das ja selber lesen. Ich glaube, ihr könnt lesen. Ich hoffe, ihr könnt lesen. Ähm. Ah, okay. Ach du Scheiße. Oh je. Ah, das ist Handeln. Ah, okay. Heinrich Wächter. Ah. Ah, wenn wir besser sind, dann können wir ihn dadurch mehr überzeugen. Jetzt, ah, okay. Zum Beispiel jetzt mit Charisma könnten wir den Wächter überzeugen. Aha. Überstärke ihn natürlich nicht. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Ähm. Ja, toll. Der Dionischt. Ähm. Wir haben ja Vitalität und Stärke genommen. Ich nehm das. Ich war kurz spazieren und übersah die Zeit. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das erste Mal hier zu sein. Heinrich, wann wirst du endlich zur Vernunft kommen? Sei es drum. Wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus. Mir geht die Holzkohle aus. Also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunash schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen. Und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunash? Dieser Suffkopf. Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich. Die Arbeit wartet nicht. Naja, habt der Vater auch nur am Saufen interessiert, ey. Abgeschlossen werden. Ich bin zu Freunden. Soll er noch aus dem Weg gehen. Okay. Kodex. Ah, jetzt kann ich hier auch. Aber wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich da hoch? Ach so, mit dem. Man sollte unten lesen können. Kodex. Ach du Scheiße. Ach Gott. Ach Gott. Da wird damit. Questlog. Ah, das sind unsere Aufgaben, die wir erledigen noch müssen. Okay. Ja, dann auf, auf. Da ist die Karte da oben. Ja, was heißt da oben ist die Karte. Können mal gucken, wo wir hier die Karte finden. Ein Pferd, ein Pferd. Da ist die Karte. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Vollbild. Genau. Marker setzen. Oh, die ist aber nicht sehr groß. Scarletz. Ach so, das ist glaube ich. Okay, was ist das? Plauder. Oh. Schnell reisen. Ah, okay. Ne, wir sind ja einmal da. Das brauchen wir nicht. Ja, dann gehen wir mal runter, ne? Ah, mit Kreis kann ich rennen. Okay. X. Das ist ein Pfeifen. Das ist springen. Okay. Hallo. Findest du ein Questlog. Ja, das habe ich ja gerade gefunden. So. Da. Da. Und da. Ach so, das ist die Burg. Da müssen wir das glaube ich abgeben. Welchen König meinst du, Meister Tobias? Grüß dich Heinrich. Helfer des Köhlers. Oh, grüß dich. Hallo. Sticht dir etwa im Weg. Sticht dir etwa im Weg. Sticht dir im Weg. Oh. Komm, wir gehen weiter. Ich gucke erstmal, was hier hinten ist. Ah, die Grafik ist schon. Nein. In so einer Hütte werde ich ja nicht wohnen wollen. Hier direkt auf dem Boden da. Wer bist du? Kunisch. Du alte Runzlaus. Oh, der ist aber freundlich. Der ist aber richtig freundlich. Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, dass du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Er kauft sich da an, aber hat nichts. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Furcht geht, bekommst du Ärger. Also zahlst du mindestens für die Axt und den Hammer. Du schuldst alles auf den Kast. Ich hab nix, du Bastard. Kehre dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was schrägst du dein alter Schmiedin. Alles klar. Kunisch will ich wohl richtig Klopper haben. Vater wird in einen Besuch abstatten? Nein, dafür bin ich ja da. Schulden gehören beglichen, aber 100 pro. Zahle du Softball. Oh, 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 oh. Ich hab mich wohl verhört. Es klang beinahe, als hättest du gesagt, ich soll mich zum Teufel scheren. Glaubst du etwa, du könntest stehlen und mir dann auch noch Angst einjagen? Du Hurensohn, wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Hat dir dein langfingeriger Vater keine Manieren beigebracht? Ich werd dich lehren. Da hat er uns Hurensohn genannt. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh je. Was ist das? Schlag mit R2. Nee. Doch. Doch. Schlag mit R2 Waffe. Langsamer Angriff in die Waffe. Haken, stärker, langsamer. R1 ist. Ah, okay. L2 treten. Ziel fokussieren. Okay. Ah, okay, okay, okay. Zielfokus beenden. L1 ist blockiert. Oh Gott. Super. R2 schlagen. Ja. Und L1, ähm. Boah, da werden wir wieder durcheinander kommen. Da werde ich wieder richtig durcheinander kommen. Das ist meine Gesundheitsanzeige, das rote Dornen. Ausdauer. Deine Verletzungen. Ah, okay. Und der Gegner, die kleine Leiste. Ah, okay. Ja, wenn wir unser... Ja, wenn wir unser... Was ist denn das jetzt? Aua. Spinnst du? Boah, voll ins Gesicht. Oh je. Ah. Aua. Ach so, das ist treten, okay. Aua. Aua. Hör doch mal auf da, ey. Ey, sag mal, der tritt ja nur. Was ist das denn hier? Komm her, hier. Du. Jetzt hau ich dich platt, Alter, du Sau. Du spinnst wohl, ey. Der will nämlich nur treten hier. Der tritt nicht die ganze Zeit. Was ist das denn für ein Vogel? Hau ab hier. Geh weg. Ich weiß nicht, was ich gerade mache. Oh, da habe ich wohl eingesteckt. Da habe ich richtig kassiert gerade. Das war nicht... Oh, sag mal. Der spinnt wohl, ey, kunisch, Alter. Ey. Wer noch mal ab? Der schießt dir recht, du Lümmel. Und dein Alter kann auch zur Hölle fahren. Loll. Hahaha. Was zur Hölle machst du da? Du... Himmel. Ab da, wo du hingehst. Toll. Loll. Das fing ja schon mal gut an. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zu... Hahaha. Ich habe gar nicht gesehen, wie meine Scheiß-Lebensanzeige da so niedrig wurde. Oh, meine Ausdauer. Ah, okay. Die wird dann so bläulich. Okay, verstehe. So. Mama, 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 hat mich geholen. Ach, Hör auf zu weinen wie ein Kind und zeig her. Na bitte. So gut wie neu. Du musst lernen, das selbst zu tun. Danke, Mutter. Loll. Ja, da war wohl noch so ein kleiner Bug drin, ne? Hahaha. Äh. Da haben wir auf einmal nicht mehr geredet. Ich glaube, vor Schmerzen ist uns einfach kein gerader Satz rausgekommen. So, Kunisch. Komm her, hier. Ich bin fit. Jetzt reise ich dir den Arsch auf. Wie der uns vermöbelt hat. Wo ist denn der hin? Wo ist der Sack? Oh, ich befinde mich im... Ja, pfff. Kuhle, Stuhlsack. Wo bist du? Wo ist der hin? Hä? Ey, pass auf. Nicht merke ich mir. Ey. Loll. Ach du Scheiße. Ja. Ich glaube, ähm... Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Nachdem ich hier unten festgebackt bin. Ähm... Ähm... Ja, reden wir gleich mal nochmal mit Kunisch. Das geht ja nicht, dass... Also der hat ja uns ja... Ah, okay, wir sind wieder taubstum. Hier kriegst du gar nichts. Du kannst das deinem alten ausrichten. Ich sag's dir. Rühr mich an und ich lass dich in den Kerker werfen. Und ich lass dich in den Kerker werfen. Loll, jetzt können wir eh nicht mehr kloppen hier, oder wat? Ich will dich hauen. Ja, okay. Dann kümmern wir uns jetzt erst mal... Um die anderen Sachen. Köhler. Ja, ja. Du hast den Köhler entdeckt. Das hab ich ja vorne hier schon. Wie geht's? Ne, geht's gut. Und selbst? Lass uns handeln. Ja, komm, lass uns handeln. Holzkohle. Leul, ich hab null. Oh, bringt nix. Okay. Ähm... Hey, Pip, willst du was lernen? Nö, denk nicht. Danke. Wie du willst. Heil dem Helden. Na, hast du deine Meinung verändert, was das Erlernen der Kriegskunst angeht? Redet der mit mir? Ja. Spieler? Alles klar. Reden. Guck mal gleich mal, was hier abläuft. Schönen Tag. Ja, die auch. Ups. Wo ist denn die Kamera? Ich hörte, du würfest gern. Ne, wir haben ja nix. Da würfel ich nicht. Alles klar. Manchmal. Okay, das Spiel. Du hast Creme entdeckt. Bist du der Creme hier oder was? Ja, dann bist du gar nix. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Nimm ich doch mal so kurz. Hört mit du. Oder nicht wie sie. Oh nee, als kleines Kind ist es ja scheißegal. Was willst du? Ich bewundere dich. Guck mich nie so an. So. Oh. Du hast auch einen schicken Hut. Du la Torbahn oder was? Du hast ja noch mal. Und das soll alles frisch sein? Sind die da sicher? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So. Einmal durchs Tor gegangen, da sind wir wieder erwachsen. Ein bisschen Spaß muss sein. Und das ist ja auch ein bisschen. Nein. 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 man ihren Reichstag beiwohnen. Deutschen Grafen? Diese paar Räte. Sogar der Papst, was dann mit dir einsteht. Wir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder, aber nun scheiße. Was? Da einfach hin, dann wird das schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Jetzt kümmern mich bitte die Österreicher. Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avina? Hör auf mit der Blasphemie! Das ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhm und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Unverbrechen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musst du Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südmöhm gehört Sigismund und... Nein, lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füßeküsten in der Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werte Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Immer, meine Seele. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich habe da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, das sind wir uns einig. Oder, Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Na, nur mit Gott, Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misstraufen denken. Ihr wisst schon, wie er neben seinem wunderschönen und frischgehaltenen Haus sieht. Denkst du, wir sollten das neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich muss ihn verantworten, wenn ich ehrlich bin. Aber, das ist auch gar nicht zu spät. Und was ist mit dir? Fällig? Ist dir, ich war für Vater gerade Bier und habe meinen Verantworten gepflegt. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert her. Und schon. Ein paar Halt vor sich zu schmeißen wird sicher nicht den ganzen Tag. Und? Es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, Kumpel, Schlüssel dabei. Ähm, okay, also, mhm, was mir gerade so auffällt, ist, ähm, was ich echt sehr schade finde, sind diese Mischungen von den Tönen. Also, am Tisch war der eine jetzt lauter als andere und ich finde, der letzte Ponolog, der gezeigt wurde, der wurde irgendwie immer leiser. So, ich bin dafür, da muss der, der müsste mir helfen. Oh. Ah, bestimmt wen konisch. Ähm, der hat ihn ja alleine nicht geschafft. Ja, na gut, wir sind halt noch ein Weichei. Ich hoffe, das wird sich ändern. Ich bin dabei. Das mache ich nicht. Aber wie komme ich sonst an andere? Ich muss an Geld kommen. Ah. Ach, komm. Also schön, ich bin dabei. Aber dann müsst ihr mir auch unter die Arme greifen. Wobei denn? Kuhn erschuldet meinem Vater Geld und Zahlrecht. Reden hat nichts gebracht, also muss ich wohl andere Seiten aufziehen. Alleine bekomme ich das aber nicht hin. Kein Ding. Wir geben dir Rückendeckung, sobald wir das Haus des Deutschen neu gegipst haben. Ich würde es diesem Saufkopf nur allzu gern zeigen. Also schön, gehen wir. Der Deutsche sitzt immer noch im Wirtshaus. Loll, alles klar. Alter, Bianca? Ach, du bist Bianca. Ja, Moin, ich komme gleich zu dir. Wo ist denn das hier? Kapute Kleidung? Das gibt es ja nicht. Nee. Überall stehen hier diese alle klar. Ah, okay. Ziehen wir das jetzt durch oder nicht? Warte, wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenkel. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Ja, ist es. Heinrich, geh und lock sie irgendwie weg. Warum ich? Weil du der Schlaue bist. Genau. Jetzt kann man von euch echt nicht erwarten. Oh Gott, wohl du der Schlau ist. Ist das die oder wat? Die sitzt hier, ihr steht da in... Uuuh. Euer stinkt. Gattin des Deutschen. Riechen wir mal. Der. Dein Gatter macht eher Eier. Ich bin gerade am Wirtshaus vorbei und dein Gatter redete Unsinn. Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn. Nun, dass Siegesmund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer sei, sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott allmächtiger, dieser Narr. Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Kann gut sein, dass er auch Päpste erwähnt hat. Danke, dass du mich gewarnt hast. Hoffentlich erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. Alles klar. Aufgabe geglückt. Aller, die muss aber wütend sein, wenn sie rumrennt. Oh, wer bist du? Bist du der Sohn? Alter. Wartest du, Soldat? Feuer den Trivok ab! Für König und Vaterland! König und Vaterland am Arsch! Häuser einzeln macht einfach Spaß! Das ist fast so gut für diesen Verräter am Rangat zu sehen. Aber nur ein Fass. Das wäre wirklich her. Das ist für Siegesmund! Alter! Wuhu! Fress scheiße, Deutschlinge! Ihr Bastarde! Was zur Hölle glaubt ihr, was ihr tut? Hey Hans! Siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus neuen Anstrich! Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Siegesmund erzählt hat. Wir tun nur, was wir tun müssen! Hurenzöhne! Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Oh, interessant! Das will ich erstmal sehen! Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Mit diesen dreckigen, deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Autsch! Arschloch! Das wirst du mir büßen! Der Scheiß-Klumpen sah sehr hart aus! Ach du Scheiße! Ja, im wörtlichsten Sinne, ey! Jawoll, zu zweit! Das war ein bisschen scheiße, aber... Jawoll! Ach so, der ist jetzt nieder, oder was? Was? Haut bloß ab! Haut bloß ab! Lasst euch in hier wieder blöcken! Loll! Höh? Hä? Sag, was zur Hölle magst du da? wer ist jetzt weg geworden sind das jetzt meine kollegen weggerannt habe ich vielleicht die falschen schlagen wir machen lieber auch die fliege was wird das wir sind im recht wir müssen nicht fliegen trifft sich mit den jungs bei kunisch wieso sind die jetzt abgehauen und ich bin ja gar nicht weg gerannt wieso habe ich das denn jetzt gemeistert jetzt kriegt er hier mecker grüßte schön schläge hier von einer frau zuerst von senden nennst du mich jetzt ein richter läuft auch also was ich so mitgekriegt haben gerade ebenso in dieser folge hier die kinder oder die 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 jungs die sind alle ein bisschen so schon groß erwachsen war denken rennt irgendwer du kunisch weil er kriegt den ersten satz immer noch heraus hat er so viel angst laut ich sollte mich mit den jungs zu treffen wo sind die jen ja schön dass sie nennen lang von name kommen wir erst mal die schenke ich brauche irgendwo brauche ich irgendwo her geld und hallo bianca reden der braucht nichts trinken du auch eine schönheit natürlich ich fühle mich geschmeichelt was könnte der werte herbegehren abgesehen von meiner schönheit biaaa ich brauche Bier für Vater wie der gnädige Herr wünscht warte es gibt einen Haken ich habe kein Geld Kuhne schuldet mir was aber er zahlt nicht überlass das mir aber du musst es mir am Abend zurückgeben du bist das beste Mädel das man sich wünschen dein Vater wird ein kaltes Bier aus dem Keller wollen oder warte kurz hier ja wir müssen aber trotzdem noch die anderen Sachen irgendwie so das ging ja schnell sie hat den kurz eingeschenkt und das geht auf mich du kannst es am Abend wieder gut machen keine Sorge Liebste heute Abend sehe ich dich doch oder? oh das hoffe ich Heinrich danke du kannst dich schon auf heute Abend freuen oh wow übrigens dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht alles klar schätze ja bestimmt ist er einer der ehrliche Wandersleute bestiehlt ich bin froh wenn er verschwindet was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen er versprach mir mich im Schwertkampf zu unterweisen was würde dir das nützen ach hör auf du klingst ja schon wie Vater bist er da Heinrich ich habe da etwas spezielles für dich ach ja und was könnte das sein dein Lieblingstrunk Retterschnaps ha du bist ein Engel hoffentlich bedankst du dich später entsprechend das werde ich so ging die Entschuldigung so ging die also damals ab kleines flottes Bienchen hier oder was äh wo ist es zu gehen ja wir sehen uns heute Abend der Wienjek ich glaube das ist der Vogel der hier sitzt ne jetzt muss ich auch noch mal gucken das ist der genau das ist der Kohle ich soll mich doch mit denen hier treffen bei ihm hier wo sind die denn jetzt da stehen die ihr seid schon abjauern hier Schweine warum wollt ihr küsschen oder was war das eben das war ziemlich knapp was der alte Sack hatte keine Chance ja aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht dieser scheiß Kerl lass ihn doch pfeifen was können sie denn schon groß tun weil wir ein bisschen Mist geworfen haben ein wahres Wort den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden ich bräuchte Hilfe mit Kunisch sicher doch eine Hand wäscht die andere ja das haben wir vorhin schon gesagt aber egal Leute und jetzt ist er nicht hier oder was da muss dir was zeigen was zum Teufel wollt ihr hier soll ich euch mit dem Riemen dreschen oder den Wirtel rufen versuch's doch alter sauf Kopf auf ich schlafte dich ab jawoll jetzt gab's Prügel finde bei Kunisch er was sich etwas verkaufen lässt Kunisch Axt hoffe danke Jungs dir auch hier jetzt weiß ich die brügeln sich bestimmt tagtäglich jetzt weiß ich auch warum die so Matsch in der Birne sind was ist hier drin ältert wirklich gute Stolz ist eine nette Hütte ist alles so voll hier Alter wenn schon Besuch kommt dann kannst du auch mal aufräumen hier du Lümmel kann ja wohl nicht angehen erst mal was essen ups essen ja so jetzt haben wir diese scheiß Axt Hammernehmer nehmen 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 ich weiß nicht warum der ach so ja 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 finde ich etwas was verkaufen lässt so wenn du noch mal so aufmuckst ne komme ich noch mal mit meiner Hut und dann hau ich dich noch mal platt du Lümmel so jetzt brauchen wir noch einmal Kohle lass uns handeln ähm ach lol warte mal kann ich jetzt nicht auch irgendwie da um steht da verkaufen ach ach lol das das kuhne schnee fetter und schnapps oh Brot Käse oh mein armer Käse egal das bringt Geld so Brot rett rett dann schnapps nee jetzt lass mal so und jetzt braucht mal Kohle wie können wir denn nehmen mal 10 reicht das ach jetzt können wir sogar noch ein bisschen mehr mitnehmen umen äh oh und Ja, Handel abschließen, okay, falschen, wie lange drücken, ja komm. Ah, okay, gut zu wissen, ach so, ach was ich erhalte, ach so, er schuldet uns ja noch aus, komm, dann gehen wir gleich mal auf 10. Wie fast, 9,5, ach komm, 9, scheiß drauf, mit der Summe kann ich leben, ach wir brauchten sogar 10, was ist denn das da hinten jetzt, ich muss gerade mal auf die Karte gucken, vollbild L1 Ransom, das ist ein Händler, ah, okay, ja, ähm, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, ich will diese auch nicht jetzt so lang machen, ähm, weil, ja, bringt ja nix. Wir haben jetzt erstmal unsere Kohle, ne, wir stehen jetzt keine Leute mehr in den Weg, ähm, wir schaffen die Sachen später zu fallen, der in der nächsten Folge, und ich glaube, zudem, wir müssen wir auch noch irgendwie, das ist doch der, der uns, äh, das Kämpfen beigebracht hat oder beibringen will, und, ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einsteigen, ja ich gehe ja schon aus dem weg aber sie sehen alle irgendwie so gleich alt aus hier finde ich ja naja mal gucken ich bedanke mich für das einschalten und ich sag mal wir sehen uns einfach beim nächsten mal die auch in dem sinne tschüss